Was? Wir Kommunisten stapeln den Stoßholz am Subotnik am Fleißigen. Wir Kommunisten stapeln den Stoßholz am Subotnik am Fleißigen. Und diesem Schweiß, ihn heißt kein Geheiß, wir spenden ihn gerne und stolz. In unsere Waggons auf unserem Gleis verladen wir unser Holz. In unsere Waggons auf unserem Gleis verladen wir unser Holz. Die Arbeit ist schwer, die Arbeit ist schier zermürben und ganz unentgeltlich. Doch arbeiten wir und schaffen hier ein Berg, oh Mann, und ganz weltlich. Doch arbeiten wir und schaffen hier ein Berg, oh Mann, und ganz weltlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 www.debtistradio.de Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF mit YouTube